Ein Perinatalzentrum beschreibt immer das Zusammensein einer Geburtsklinik und einer Neonatologie. Davon gibt es in Deutschland drei Stufen 1, 2 und 3. In einem Perinatalzentrum Level 1 dürfen Kinder jeder Schwangerschaftswoche, das heißt auch sehr frühe Frühgeborene, geboren werden, weil die Kinderärzte, die sozusagen Wand an Wand sitzen, auch die Fähigkeiten besitzen, solche Kinder sicher zu versorgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017